In Deutschland engagiert sich jede dritte Person freiwillig. Ein weiteres Drittel kann sich dies vorstellen. Eine wichtige Rolle spielen hierfür Einrichtungen, die Engagierte unterstützen und sich für deren Belange einsetzen. Deshalb stärkt und vernetzt das Programm Engagierte Stadt diese Einrichtung, darunter auch ihre. Mein Name ist Christoph Emminghaus. Mein Team und ich analysieren die Wirkung des Programms Engagierte Stadt. In diesem Video möchten wir Ihnen erklären, was wirkungsorientiert zu arbeiten ist und was wir tun, um Sie darin zu unterstützen. Das Innovative am Programm Engagierte Stadt ist, dass es auf vorhandenen Strukturen in den Kommunen aufbaut. Ihre Einrichtungen und ihre Partner haben deshalb zusammen ein Konzept zur Stärkung des Engagements entwickelt, das sie gemeinsam umsetzen. Das kann aber nur gelingen, wenn allen klar ist, welche konkreten Ziele Sie erreichen möchten und wie Sie dabei vorgehen. Dies nennt man auch wirkungsorientiertes Arbeiten. Die Transparenz über gesetzte und erreichte Ziele hat verschiedene Vorteile. Sie finden heraus, welches Vorgehen tatsächlich zu einer positiven Veränderung führt und wie Sie Ihre Arbeit weiterentwickeln können. Sie können die Erfolge Ihrer Arbeit dokumentieren und so Motivationen für mehr schaffen. Und Sie können klar und schnell kommunizieren, warum es gut ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten oder Sie zu fördern. Wirkungsorientiert zu arbeiten bedeutet auch zu überprüfen, ob man sich seinen Zielen annähert. Das heißt, seine Wirkungen durch Monitoring oder Evaluation zu analysieren. Hier kommen wir ins Spiel. Wir unterstützen Sie darin, Ihre Aktivitäten und Erfolge festzuhalten. Uns interessieren aber auch vermeintliche Fehlschritte, die wir als Lernprozesse verstehen. Dazu führen wir einmal im Jahr eine Online-Befragung durch. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, zeitsparend Berichte zu erstatten. Auch interessiert uns Ihre Perspektive auf die verschiedenen Angebote des Programmes, die Sie wahrgenommen haben. Und Ihre Einschätzung, welche Angebote besonders hilfreich sind. Ergänzend fragen wir danach, wie sich Ihr kommunales Netzwerk und Ihre Einrichtungen durch das Programm weiterentwickelt haben. Und weiter arbeiten wir mit Ihnen in insgesamt vier regionalen Engagementforen zusammen. Hier laden wir Sie ein, mit uns an einer Fragestellung aus Ihrem Alltag zu arbeiten. Ziel ist es, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Unsere Ergebnisse stellen wir Ihnen dann selbstverständlich zur Verfügung. Zum Beispiel durch Videobotschaften oder auf der Webseite des Programms Engagierte Stadt. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre spannenden Vorhaben zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank.